Hey, ihr fragt euch sicherlich, wie ich in diese Situation geraten bin. Oh Mann, meine Blase! Wo bin ich jetzt? Du bist wieder toll! Warum bin ich jetzt Jungle? So, wie wir einen Spaß zusammen haben. Warum bin ich jetzt Jungle? Das werden wir noch sehen. Ich picke wie... Ich glaub, ich muss den nehmen. My favorite color is the... Nicht Iron! Ich wüsste sonst nicht wen ich jetzt so suddenly... Irgendwas anderes, Alter, wenn man Iron nicht kann, ist der Champion so scheiße. Er hat halt Warwick. Ja, das ist okay. Warwick ist okay. Alter, Alter Angel, Quatsch, Sarge, was hast du dir jetzt schon wieder vor? Ich seh, was du picken willst, das gefällt mir nicht. Ich hab keine Ahnung, wie ich jetzt wandle. Du, mal vertrauen. Alter, du hast diesen Champ. Warum? Ich bann Kaiser. Ich wollt ihn nicht picken. Ich hab ihn nur aus Troll geprepickt. Ah, yeah. Ja, ja, ja. Und gleich drückt der Insta auf Login. Und... Nein! Die Gurke! Nein! Die Gurke! Die Gurke ist durch. Warum? Nein! Warum macht die sowas? Ich die Gurke nicht bannen möchte, weil ich... Weil mich die Gurke gar nicht so dran anpischen. Aber Gurke... Die Gurke! Alter, warum? Jetzt haben wir ne Gurke im Gegnerteam! Mando! Das ist ein dummer Gurken-Champion! Fein! Hab ich kein Problem mit! Rapp die Gurke aus dem ADC! Der Luke scheint beide! Das macht man einfach folgendermaßen. Ich geh jetzt zur One-Hit-Fresh. Oh no! Weil die Gurke kann nichts heilen, weil sie tot ist! Die Gurke kann nicht heilen! Ich... Ich muss mich redeemen! Oh god, he... He fucking does it! Warum? Alter! Sag! Ich muss mich redeemen! Ich muss... Ich geb diesem Champion die letzte Chance zu nehmen! Alter, ich... Ich komm mit der... Ich komm von meiner Top-Lane runter und hau dich mit meiner Schaufel! I swear to fucking god! Oh, Ezreal! Toll! Ezreal und Gurke, mh! Die werden wir niemals auf der Lane auch nur sehen! Oh, hey, Lawrence! Die Doppel... Die Doppel-Gurke-Botlane, ey! Also, für diejenigen, die nicht wissen, was Yu-Mi ist... Yu-Mi ist basically der Champ, wo du... Du heftest dich an einen Charakter, an irgendwen... Gehst in die Küche, machst dir ein Wurstbrot und kommst wieder mit dem Double-Kill! Äh... Machst du Red oder machst du Blau? Wobei... Ja, keine Ahnung... I can... I can shuffle you! Ich weiß nicht genau, wo ich nicht gehen soll! Ja, ja, ohne mich darfst du nicht fragen! Ich hab einmal Jungle gespielt und es war ein Disaster! Bei Warwick weiß ich es halt eben nicht so wirklich... Bei Jacob hat es mir Insta... Äh, äh... Hab ich ja doch gelesen, dass es ja... Blue sein soll! Musst du mir nur sagen, ich buddel hier in so lange um! Naja, ich bin jetzt mal bei Blue! So dass, wenn du hier vorbeikommst, dass du hier ein schönes Loch haben hast... Weißt du, so hier genau da! Da wird gebuddelt und gebuddelt und gebuddelt und gebuddelt und gebuddelt und gebuddelt und gebuddelt! Und ab Level 6 hast du deine Auszubildende aus dem ersten Lehrjahr! Ja! My Stand! Mit... Mit Level 11 dann im zweiten Lehrjahr, mit Level 16 im dritten Lehrjahr! Moment, das Scheißding wird besser! Ja! Ahja! Mit Maiden wird mit Level-ups besser, kriegt mehr Leben, mehr AD und alles! Cool! Und deine Ghoule sind unbezahlte Praktikanten! Äh, das... Das sind Kunden... Die wir heute in dem Game festgestellt haben! Das sind... Ne, das sind Kunden, die einfach nur... Ne, die du so manipuliert hast! Das ist, dass sie für dich arbeiten, ohne dass sie's mitkriegen! Ich komm nicht mehr ran! Oh, einen noch! Ah, Summoner hier! Beide! Beide Summoner hier jetzt! Haben wir aber rausgezogen jetzt so! Hm, jo, das ist gut! Dann müssten sie... Müsst jetzt zumindest der Ezreal von der Lange gehen, wenn nicht auch Juni gleich nicht geht! Du Dummertrottel! Nicht?! Oh boy! Das sind Borsi von ihm! Nein! Hm? Wo? Ich hab gleich keinen Flammenwerfer mehr! Achso, hier! Ja! Mein Waveclear ist gleich weg, aber Ezreal hat ja zum Glück auch keinen Waveclear! Hm! 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 Ich rieche Starius, äh... Oh boy! Okay! Das war meint! Ja, will er! So, hab ihn! Ich rieche! Ich rieche! Ich rieche! Wie viele Mal muss ich dich töten? Ich rieche! Ich rieche mich mal in Ruhe lassen, ich brauch den! So, da haben wir das letzte Flammen! Hm! Du kommst jetzt hier! Hier, von diesem scheiß Knaller! Kannst du nicht? Ich rieche nicht? Also, ich brauch auf jeden Fall ein bisschen Hilfe auf dem Midline, der... Swaynes hat scheiße wie sonst was. So, geführt! sehr schön gut gemacht wollte ich mal ein bisschen weiter hinten der hüpfte auf uns rauf leuten was bleibt er auch oder nein was haben die gemacht sich halt einfach niemand für mich interessiert hat ich habe gerade meine redemption ich weiß nicht, gleich kommt der Tournament-Arc oder was danach kommt der Welling-Cake-Arc wie einfach Ezreal für mich als Blood-Trail da ist oh, hi was macht man da? Aua in Germany we call it a double kill Alter, was ist denn dieser Champion? das ist Dumpfilius stell dir mal vor, du hättest jetzt noch ne Gurke bei dir ich wünschte manchmal wünschte ich mir Gurken ich fühl mich gewumst mein Leben ist eine Hölle es ist unser aller oh, oh oh, oh oh, oh ja, ich bin Klaus, Toyo oh Gott, da kommt der Gurken-Squad der Gurken-Man mhm während des Midlane mhm mhm hahaha die gibt's nicht nen Scheiss hahaha für den Tower diese Moments denken sich fischen 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 und noch ein Tower das ist not even done das ist not even done danke für den Sub, mein Dude oh mein Gott ja, die wollten ja unbedingt mich also, ne, ich war ja scheinbar wichtiger als einer ihrer Nexus-Tower haha ja, jetzt ist, äh, jetzt, äh, jetzt ist das wichtig geworden Sniper-Rifle mit Snare-Gun, Alter das ist eine tödliche Kombo guck, mit der, mit der Halo-Gun ist das schon fast ein normaler Mensch mit dem Laufen und ja, ich nenn sie Halo-Gun mhm also, ich sag's dir ich werd' dich finden und dich zerstören ach wenn du diesen Turm auch nur anfasst ich schwör's dir ich find's verrückt, dass die, ähm, und Angels so laut runter sind und die so gut oben jeesh okay, time for you to die, Kid nope gehen wir kleine Popstars jagen mit ner Schaufel scheıh hee i got hi hopes oh boy hmm hmm no so oh mein Gott oh oh mein Gott, Alter oh, der, äh, der Zeg der Zeg one-shotted mich, by the way hmm okay, Ezz, now, now now you've done it ah, Alter my son, I will hit you with a shovel and that's really let me live let me live oh, lol komm her, Junge Lala, ich bin grad am Sidewalken, was ist denn hier los ich kann mich nicht mehr drehen man kann mich nicht mehr drehen guter Champion guter Champion danke euch danke dafür Alter den habt ihr gut designed, Junge das ist oh euer Design Shit oh, bald ist Drake oh, er fixed, oh, er didn't fixe nevermind nevermind it's good was sieht denn mega behindert aus, man Alter, hallo? oh, oh, ich bin repariert ich bin repariert let's try to go for Drake wenn die Baron machen, machen wir Drake und die kriegen dann die Seele hm ich darf nicht mehr an die Frau, Alter wir müssen das jetzt in dem Zug durchmachen hm ja, die sind jetzt grad alle down oh, ja naja, ist okay wenn wir das jetzt gut wegspielen, dann schaffen wir's vielleicht hm oh boy, au du müsst halt richtig fast jetzt oh, komm, oh, nee oh, das wird mich so anpissen oh, fuck, nein nein Jurek Jurek Maiden Maiden come on, you can do it nein, ich bin vorhanden ja fuck my dick idiot ha 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 easy carry easy carry easy carry ich bin schwein mit Yumi na MVP moment für Schorschmann du bin scheisskind oh, ich hab mein Redemption-Arm bekommen ha 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 suck it he's scary, right? der Swayne ist übrigens instant rausgegangen grade ha 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 salty cunt ich hab, ich hab den extra schon jetzt im Report so eine willkommen im salzigen spucknapf du Möse ha 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 alter nein, du musst das so sagen willkommen im salzigen spucknapf du am Möbe du am Möbe vor allem das schlimme ist ja ich hab noch überlebt ich hab noch überlegt pushe ich lieber top und hab gesagt nee, ich geh lieber zu meinem Team und ich so dum 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 happy ha 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 super ha 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 gut du ha 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 du 陛ง der D Vielen Dank.